2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe schon wieder ein bisschen gespickt und gesehen, dass es heute sehr viele Vorfahrtsfragen gibt, aber auch zum Schluss ein paar Fragen über Verkehrszeichen bzw. sehr viele mit Gefahrenzeichen. Und wenn du nach dem heutigen Video immer noch nicht weißt, wie die Vorfahrt in Deutschland geregelt ist, dann glaube ich, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also ich versuche das so gut wie möglich zu erklären. Ansonsten weitere Fragen zum Thema Vorfahrt findest du natürlich wie immer in meinem Videokurs unter jedem Video in der Videobeschreibung. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Welches Verhalten ist richtig? Also wir wollen abbiegen, haben keine Verkehrszeichen, dementsprechend gilt er normalerweise rechts vor links. Rechts von uns ist aber keiner, also haben wir Vorfahrt. Allerdings wollen wir ja abbiegen und immer wenn wir abbiegen wollen, beziehungsweise merkt ihr einfach, wenn du den Blinker setzen musst, zum Beispiel beim Abbiegen, dann bist du der Person, die sich mit dir kreuzt, wartepflichtig. In dem Fall der Radfahrer. Also der Radfahrer darf vor uns fahren. Ja, aber hier wollen sie auf was anderes hinaus. Und zwar sehen wir links in der Seitenstraße die Müllabfuhr. Und wenn wir jetzt abbiegen würden, vor dem Grünen, dann würden wir die Kreuzung verstopfen, da ja die Müllabfuhr dort steht. Und demnach lassen wir den Grünen, obwohl er eigentlich warten müsste, die Kreuzung vor uns passieren. Also wir geben praktisch dem Linken, dem Grünen hier die Vorfahrt. Jetzt schauen wir uns mal die Antwortmöglichkeiten an. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. Genau, wie gesagt, wir haben den Blinker gesetzt, die fährt geradeaus weiter, die müssen wir durchfahren lassen. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen. Genau. Und wie gesagt, das hat nur mit der Müllabfuhr hier zu tun. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen. Nein, das wäre ein Widerspruch zu der ersten Antwort. Das kreuzen wir nicht an. Das haben wir ja schon gesagt, wenn wir aus einem Feldweg rauskommen, dann gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links nicht, beziehungsweise wir müssen warten, der Blaue darf zuerst fahren. Wer muss warten? Ich muss warten. Wir müssen warten. Welches Verhalten ist richtig? Schaut das Bild ganz genau an. Das wird auch sehr oft falsch angekreuzt. Und zwar denken viele, das wäre ein Kreisverkehr. Es ist aber kein Kreisverkehr. Da fehlt nämlich unter dem Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren das Schild Kreisverkehr. Schauen wir uns mal die Antwortmöglichkeiten an. Der Radfahrer muss warten. Ich muss warten. Wir haben ein Vorfahrt gewähren. Dementsprechend müssen wir warten. Das gleiche Bild gibt es auch noch mal ohne Vorfahrt gewähren. Dann haben natürlich wir Vorfahrt und der Radfahrer muss warten. Okay, weil es kein Kreisverkehr ist. Das kommt bestimmt später noch. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wieder rechts vor links. Also sprich, der Blaue darf vor uns fahren und vor dem Blauen darf der Radfahrer fahren, denn der Radfahrer fährt rechts von dem Blauen ausgesehen. Der blaue Pkw muss mich abbiegen lassen. Nein. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Ja, wir müssen den Radfahrer abbiegen lassen. Klar. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen. Genau. Welches Verhalten ist richtig? Ich hoffe, das kannst du jetzt schon selber beantworten. Der Radfahrer muss warten. Ich muss warten. Ich muss an der Sichtlinie anhalten. Ah, das könnte man auch falsch verstehen. Also, wir müssen warten. Der Radfahrer darf zuerst fahren. Ich muss an der Sichtlinie anhalten. Du musst nicht anhalten. Das ist ja kein Stoppschild in der Nähe, soweit ich das sehen kann. Deswegen müssen wir nicht anhalten. Genau, richtig. Also, da darfst du nicht zu vorsichtig sein, wenn von rechts einer kommt, rechts vor links. Dann müssen wir warten und der von rechts darf halt zuerst fahren. Aber anhalten musst du nicht. Wenn der Radfahrer weg ist, bevor du an der Kreuzung bist, dann ist ja alles in Ordnung. Dann musst du nicht anhalten. Ja, es gibt fünf Fehlerpunkte. Also, da hast du schon mal die Hälfte kassiert, wenn du das falsch ankreuzt. Welches Verhalten ist richtig? Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Der blaue LKW darf zuerst fahren. Ich lasse erst mal so ein paar Sekunden Bedenkzeit und dann erkläre ich dir was dazu. Wir haben ja wieder den Blinker gesetzt, also müssen wir denjenigen, den wir kreuzen, in dem Fall den Radfahrer, durchfahren lassen. Okay, Antwort 2 ist richtig. Vor dem Radfahrer abbiegen? Nein, der Radfahrer darf zuerst. Und der blaue LKW darf zuerst fahren? Das stimmt natürlich auch nicht, denn wir sind rechts vor dem blauen LKW. Das heißt, rechts vor links, wir dürfen vor dem LKW fahren. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Bus durchfahren lassen. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ich muss an der Haltlinie anhalten. Also ganz klar, wir haben ein Stoppschild. Dementsprechend müssen wir natürlich an der Haltlinie anhalten. Wir müssen den Radfahrer fahren lassen, da wir ein Vorfahrt neben des Verkehrszeichen, also das Stoppschild haben. Und ich muss den Bus durchfahren lassen, da wir ja den Blinker gesetzt haben, abbiegen wollen und uns mit dem Bus kreuzen würden. Also hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Die Radfahrerin muss mich vorbeifahren lassen. Natürlich nicht, sie kommt von rechts. Also muss ich die Radfahrerin durchfahren lassen. Ich darf vor dem Motorrad fahren, das ist korrekt, denn wir sind ja rechts vor dem Motorradfahrer. Dementsprechend dürfen wir vor dem Motorradfahrer fahren und die Radfahrerin ist rechts vor uns. Deswegen darf sie vor uns. Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich? Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein. Ich überquere die Kreuzung zügig. Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen. Also natürlich tasten wir uns vorsichtig hinein. Die Kreuzung zügig überqueren ist im Prinzip schon richtig. Allerdings natürlich erst, wenn du merkst, dass keiner kommt. Die letzte Antwort ist natürlich falsch. Also nicht hupen und einfach durchfahren. Wir werden mal nur die erste Antwortmöglichkeit ankreuzen. Ja, genau, ist richtig. Aber wenn du sicher bist, dass frei ist, dann natürlich die Kreuzung zügig überqueren. Aber hier ist wahrscheinlich gemeint, dass du einfach zügig drüber fährst, ohne davor geschaut zu haben. Oder richtig dich vergewissert zu haben. Deswegen habe ich das freigelassen. Welches Verhalten ist richtig? Okay, abknickende Vorfahrtstraße nach rechts. Wir wollen links abbiegen. Also, wir verlassen die Vorfahrtstraße. Dementsprechend müssen wir denjenigen, der auf der Vorfahrtstraße bleibt, also dem blauen Transporter, die Vorfahrt geben. Ich muss also das blaue Fahrzeug vorbeifahren lassen. Ich muss das grüne Fahrzeug vorbeifahren lassen. Das stimmt natürlich nicht. Denn wir haben in dem Fall, obwohl wir Abbieger sind, den Vorteil, dass wir von der Vorfahrtstraße kommen. Und der Gegenverkehr hat eine Vorfahrtgewähren. Das heißt, das grüne Fahrzeug durchfahren lassen ist falsch. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. Das ist in dem Fall richtig. Okay, denn Verkehrszeichen steht ja abknickende Vorfahrtstraße. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Also, ein Gefahrenzeichen, rot, dreieckig mit der Spitze nach oben, warnt dich vor einem Bahnübergang. Und darunter sehen wir drei Barken, also diese Streifen. Und diese drei Barken, beziehungsweise eine Barke steht im Schienenverkehr für 80 Meter. Und da wir drei Stück haben, warnt es uns vor einem Bahnübergang in 260 Meter Entfernung. Was du wissen musst, ist, dass im Bereich eines Bahnübergangs nicht überholt werden darf. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Also, auch wieder ein Gefahrenzeichen, mit einem Zusatzzeichen. Und zwar steht das für Schnee und Eisklette, nicht für Lawinen. Nur die Rutschgefahr. Eine Kuh ist ein Weidetier und dementsprechend können die auch sehr viel Schmutz auf die Fahrbahn bringen. Wildwechsel, das Verkehrszeichen, sieht anders aus. Da ist so ein Hirsch, glaube ich, drauf abgebildet. Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten? Also, wir haben schon gesagt, Bahnübergang in 240 Metern. Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt werden. Genau, und das habe ich ja auch vorhin erwähnt, dass im Bereich von Bahnübergängen das Überholen von Kraftfahrzeugen verboten ist. Was erwartet Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination? Achtung, wir haben wieder ein Zusatzschild ohne Pfeile. Das wird ja auch häufig verwechselt mit den ohne Pfeilen. Eine Arbeitsstelle, die eine Länge von etwa 100 Metern hat. Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 Meter Entfernung beginnt. Eine Arbeitsstelle, die nach etwa 100 Metern endet. Also, keine Pfeile bedeutet ja, in so und so vielen Metern. Wenn rechts und links zwei Pfeile dran, dann wäre das eine Arbeitsstelle von einer Länge von 100 Metern. Und da wir keine Pfeile haben, in 100 Meter. Sie passieren diese Verkehrszeichenkombination bei einer Außentemperatur von plus 3 Grad Celsius. Wie verhalten Sie sich? 3 Grad ist so eine Marke, da musst du mit Eis, also mit gefrorener Fahrbahn rechnen. Ich verringere die Geschwindigkeit. Ich verringere sofort den Abstand zum Vorausfahrenden. Ich fahre unvermindert weiter, da keine Eisglätte zu erwarten ist. Also, wie gesagt, letzte Antwortmöglichkeit ist schon mal falsch, denn alles unter 3 Grad ist sehr gefährlich. Deswegen verringern wir die Geschwindigkeit. Und bei der zweiten Antwortmöglichkeit musst du aufpassen, hier steht, dass wir den Abstand zum Vorausfahrenden verringern. Das bedeutet, wir fahren näher, also lassen weniger Abstand. Und das ist natürlich falsch. Wir wollen natürlich mehr Abstand halten, damit wir, wenn es hart auf hart kommt, mehr Platz haben. Wir haben ja auch einen längeren Bremsweg auf dieser Fahrbahn. Was sollten Sie bei einer so gekennzeichneten Gefahrenstelle vermeiden? Plötzliche Lenkbewegungen. Ja. Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Starkes Beschleunigen. Ja gut, also diese Verkehrszeichen-Kombination warnte ich halt vor Splitt auf der Straße. Wenn ich jetzt, okay, wenn ich stark beschleunige, dann können natürlich die Reifen durchdrehen und die Steine, zum Beispiel den Fußgänger, treffen. Ja, deswegen kreuzen wir das an. Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das sollten wir auch vermeiden, denn wenn wir nah am Vordermann fahren, dann schmeißt er uns die Steine auf die Scheibe bzw. auf die Motorhaube. Das heißt, wir können halt solche Steinschlagschäden bekommen. Plötzliche Lenkbewegungen. Ja gut, also im Prinzip ist die Fahrbahn dann rutschiger, wenn Rollsplitt auf der Straße liegt. Und dadurch, ja, das kreuzen wir auch an. Also es sind alle Antwortmöglichkeiten hier richtig. Worauf weist diese Verkehrszeichen-Kombination hin? Auf eine bewegliche Brücke. Auf eine Fähre. Auf Kanalarbeiten. Ja, das ist eine bewegliche Brücke. Fähre könnte durchfahren, ja, aber dieses Verkehrszeichen weist sich auf die Brücke hin. Was haben Sie bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu beachten? Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kann Verwechslungsgefahr zwischen Wasseroberfläche und Fahrbahn bestehen. Oh ja. Die Straße führt auf ein Ufer zu. Die Ein- und Ausfahrstelle für schwimmfähige Fahrzeuge ist freizuhalten. Also ganz klar, eins und zwei. Die dritte Antwortmöglichkeit ist Quatsch. Das hast du vielleicht schon mal im Urlaub erlebt. Du gehst abends noch so ein bisschen am Strand spazieren und dann trittst du einfach in so eine Pfütze rein, weil du nicht gemerkt hast, dass es das Wasser ist. Was haben Sie bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu beachten? Das wird auch häufig falsch angekreuzt. Steine könnten auf der Fahrbahn liegen. Halten und Parken vermeiden. Vorausfahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen. Okay, da gibt es noch eine andere Frage dazu. Und zwar, ob da... Na, das kommt bestimmt später noch. Okay, Steine können auf der Fahrbahn liegen. Klar. Halten und Parken vermeiden. Vermeiden, ja. Das kreuzt man auch an. Es ist nicht verboten, aber vermeiden. Okay. Vorausfahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen. Genau, bedingt durch die Steine auf der Fahrbahn könnten Sie eventuell abbremsen. Ja, ist auch richtig. Also alle drei Antwortmöglichkeiten sind hier richtig. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Bahnübergang. Ja, fertig. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen. Es folgt eine scharfe Rechtskurve. Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden. Also auch hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Der Entgegenkommende könnte die Kurve schneiden. Das bedeutet, er nutzt einen Teil meines Fahrstreifens. Aus welchen Gründen auch immer. Es folgt eine scharfe Rechtskurve. Es folgt eine Rechtskurve. Das ist auf jeden Fall richtig. Es geht auch das gleiche Schild nach links oder nach rechts und dann nach links. Erst nach links und dann nach rechts. Also es gibt ja ein bisschen über die Strecken, über den Streckenverlauf Auskunft. Und Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen. Klar, man weiß ja nicht, was hinter der Kurve auf einen wartet. Dementsprechend ein bisschen mehr Abstand, angepasste Geschwindigkeit. Das ist schon wichtig. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit einem Verkehrsverbot für Radfahrer. Achtung, rund und rot ist Verbot. Wir sind hier bei einem Gefahrenzeichen. Mit einer Unterführung für Radfahrer. Unterführung wäre dann eher blau, also Geburtszeichen. Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen. Genau, das wäre gefährlich für uns. Dementsprechend ein Gefahrenzeichen. Letzte Antwortmöglichkeit ist richtig. Womit müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination rechnen? Mit einer Ein- oder Ausfahrt zum Flugplatz. Mit plötzlich auftretendem Fluglärm. Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer. Also hier geht es nur um die Ablenkung. Dementsprechend zwei und drei. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Auf eine Unterführung für Fußgänger. Auf einen Fußgängerüberweg. Auf eine Überführung für Fußgänger. Auf einen Fußgängerüberweg. Auf eine Überführung für Fußgänger. Das klingt sehr, sehr ähnlich. Aufpassen. Auf eine Unterführung für Fußgänger. Nein, das wäre blau. Auf einen Fußgängerüberweg. Der wäre auch blau. Auf eine Überführung für Fußgänger. Überführung für Fußgänger. Nach Überführung ist wahrscheinlich eine Brücke gemeint. Ja, okay. Es könnte dich darauf hinweisen, dass gleich ein Fußgängerüberweg kommt. Also du kennst vielleicht das Verkehrszeichen Fußgängerüberweg oder Zebrastreifen. Das ist ja blau. Viereckig. Und da ist ja, ja, es sieht so ähnlich aus. Aber es ist halt blau. Und das warnt dich wahrscheinlich darauf. Also es bereitet dich darauf vor, dass gleich dieses Verkehrszeichen kommt. Und ja, okay. Naja, drei Fehlerpunkte. Jetzt wissen wir es. Überführung. Ja, Überführung ist eine Brücke. Unterführung ist halt unter der Straße. Überführung geht drüber. Alles beides ist Quatsch. Es war eigentlich vor einem Fußgängerüberweg. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist ein Geburtszeichen. Und sagt dir, dass du mit dem Fahrrad drauf fahren musst. Beziehungsweise, dass auf diesem Weg nur Radfahrer erlaubt sind. Keine Autos, keine Fußgänger, keine Pferde. Gar nichts. Auf einen benutzungspflichtigen Radweg. Genau. Auf ein Verbot für Radfahrer. Verbot wäre rund und rot. Auf Radfahrer, die die Fahrbahn kreuzen. Achtung, das wäre wieder eine Gefahr. Und das Verkehrszeichen wäre dann wieder rot dreieckig mit der Spitze nach oben. Also in dem Fall ist nur Antwort 1 richtig. Was wird durch diese Verkehrszeichenkombination angekündigt? Ja, das ist auch eine blöde Kombination. Und zwar ist es ein Vorfahrtgewehren. Und da drunter steht Stopp in 100 Meter. Und es sagt dir, dass ein Stoppschild in 100 Metern kommt. Und das Stoppschild, das heißt ja nicht wirklich Stoppschild, sondern es heißt... Nach 100 Metern folgt das Verkehrszeichen Halt-Vorfahrt-Gewähren. Es heißt Halt-Vorfahrt-Gewähren. Also diese Kombination sagt dir, dass in 100 Metern ein Halt-Vorfahrt-Gewähren kommt. Nach 100 Metern folgt das Verkehrszeichen Vorfahrt-Gewähren. Okay, Vorfahrt-Gewähren ist dieses Verkehrszeichen. Und Halt-Vorfahrt-Gewähren das Stoppschild. Bei einem Stoppschild musst du ja auch stehen bleiben. Egal ob ein Fahrzeug kommt oder nicht. Nach 100 Metern folgt das Verkehrszeichen Vorrang des Gegenverkehrs. Nee, das ist Quatsch. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Gehweg. Auf den Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs. Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofaverkehr. Ach, guck an. Da musst du nämlich wirklich über das Verkehrszeichen Bescheid wissen. Das ist natürlich ein Gehweg. Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs ist nicht richtig. Das ist nämlich viel größer und rechteckig. Auf das Verbot für Fahrräder und Mofa ist natürlich richtig. Denn, wie ich vorhin schon bei dem Radweg gesagt habe, da dürfen nur Fahrräder drauf fahren und nichts anderes. Genauso ist es hier bei dem Fußgängerweg. Da dürfen nur Fußgänger drauf gehen. Keine Radfahrer, keine Mofas, keine Autos, keine Motorräder, keine Traktoren, gar nichts. Also es schließt praktisch alles andere aus. Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße benutzen? Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden. Kraftfahrzeuge. Elektrofahrzeuge. Nochmal ganz kurz zur Frage. Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße benutzen? Ganz einfache Antwort. Kein Fahrzeug. Weder ein Fahrrad, noch ein Motorrad, noch ein Elektrofahrzeug. Keine Fahrzeuge. Nicht einmal eine Pferdekutsche. Allerdings gibt es Ausnahmen. Und zwar dürfen Fahrräder und Krafträder, also sprich Motorräder, Mofas, Leichtkrafträder, Kleinkrafträder und sowas durchgeschoben werden. Keine Autos. Wie müssen Sie sich in dieser Straße verhalten, wenn Sie ein Kraftfahrzeug im Lieferverkehr fahren? Also jetzt haben wir dieses Verkehrszeichen Fußgängerweg und darunter ein Zusatzzeichen Lieferverkehr frei. Wenn du irgendwelche Sachen auslieferst und einen Lieferschein hast, dann darfst du in dem Fall hier durchfahren. In der Prüfung machst du das bitte nicht. Aber wenn du da durchfährst, dann... Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Natürlich muss die Geschwindigkeit den schwächsten Verkehrsteilnehmern angepasst werden, also den Fußgängern, sprich Schrittgeschwindigkeit. Wenn keine Personen in der Nähe sind, darf ich schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren. Nein. Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Verbotszeichen. Und es verbietet dir genau das, was abgebildet ist, und zwar das Überholen. Äh, ähm, mein Gott. Das Wenden. Es verbietet dir das Wenden. Manche denken sich, wenn ich hier nicht wenden darf, dann darf ich bestimmt auch nicht links abbiegen. Das ist nicht verboten. Das ist nur das Verboten, was hier drauf markiert ist. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Also rund und rot wieder Verbot. Das nennt sich zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ich darf nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren. Ja. Die Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde ist in jedem Fall unbedenklich. Die empfohlene Mindestgeschwindigkeit beträgt 60 Kilometer pro Stunde. Also, alles Quatsch, nur Antwort 1 ist richtig. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Wieder ein Geburtszeichen. Und es ist genau das zu tun, was abgebildet ist. Ich darf nur geradeaus weiterfahren. Richtig. Rund und blau, Geburtszeichen. Genaues Gegenteil von rund und rot, Verbot. Ich befinde mich in einer Einbahnstraße. Achtung, es gibt das gleiche Verkehrszeichen, nur in einer eckigen Form. Und das sagt dir, dass du dich in einer Einbahnstraße befindest. Also, in einer quadratischen Form, sagen wir mal so. Sieht fast gleich aus. Ich habe Vorrang vor dem Gegenverkehr. Nein, das sieht auch anders aus. Ist auch quadratisch. Und da sind zwei Pfeile drauf. Einen roten, einen weißen. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Das ist ein Vorfahrtgewähren. Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran. Genau. Du hast, falls ein Fahrzeug kommt, von rechts oder links, du dementsprechend gleich reagieren kannst. Wenn ich rechts abbiege, bin ich nicht wartepflichtig. Quatsch. Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt. Genau. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Weg, dessen Benutzung für Reiter verboten ist. Auf einen Reitweg, dessen Benutzung für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist. Genau. Es ist ein Reiter abgebildet, dementsprechend nur Reiter und nichts anderes. Auf einen Reitweg, den Reiter benutzen müssen. Müssen, ja. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Kraftfahrstraße. Achtung, Kraftfahrstraße ist blau mit einem Auto drauf. Vorfahrtstraße. Das ist eine Vorfahrtstraße. Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn. Und wenn du außerhalb geschlossener Ortschaften auf einer Vorfahrtstraße bist, dann ist dort auch das Parken verboten. Und das sind so Kombinationen, das weißt du normalerweise nicht. Das musst du wissen. Und das findest du, wie gesagt, alles gebündelt in meinem Videokurs unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gern einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Es gibt noch ganz viele weitere Videos mit allen Fragen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. 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 Bis dann.